Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Frank, Happy Birthday to you. Hallo, lieber Frank, das Orchester Helmut Blötgen möchte dir natürlich auch zu deinem Geburtstag gratulieren und alles, alles Gute wünschen. Natürlich viel, viel Erfolg auf der Bühne und ich hoffe, wir werden noch viele schöne Minuten, Stunden auf der Bühne gemeinsam verbringen können. Alles Gute und Feierschöne. Ja, lieber Frank, herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag. Lass es dir gut gehen, Feierschöne, mach's gut. Lieber Frank, die Krück, Alex, wünsche dir zum 11.40. alles Gute, live hier im Backstage-Bereich des Satoris. Ich wünsche dir viel Gesundheit, viel Glück für die nächsten Jahre. Ich finde es schön, dass wir unseren Weg gelaufen sind vor zwei Jahren und hoffe auf eine schöne Feier mit dir. Alles Gute, mach's gut, bis bald. Alles Gute zu Vellentgraden, Frank. Alles Gute zum Geburtstag, Frank. Ja, lieber Frank, alles Gute auch von mir zum Geburtstag, Walter Tassens Träder. Viel Spaß und mach weiter. Alles Gute. Absolut, alles Gute. Alles Gute, sehr gut. Alles Gute, sehr gut. Alles Gute, sehr gut. Dann wollen wir. Lieber Frank, da hast du den nächsten Morgen Geburtstag. Ja, ich meine, du wirst 51, ne Frank? Ja, 51 ist ja quasi das Alter im Leben eines jeden Mannes, wo beim Geburtstag Happy und Birthday getrennte Wege gehen, ne? Ja, in diesem Sinne, mir wünschen dir alles Gute. Ganz ehrlich, immer wenn wir dich sehnen, ist es uns jedes Mal eine Freude, attraktive, sympathische, intelligente Menschen zu treffen, aber mit dir ist es auch jedes Mal schön. Ja, ganz ehrlich, hörst du, jetzt klopft schon der Pflege aus dem Alters, deine Nüssen leider aufwirken, aber trink schön einen auf uns mit, da hast du dir verdient. Mein Vater hat immer gesagt, kein Hemd am Arsch, kein Brot im Schrank, aber jeden Abend sehr zum Wohle. In diesem Sinne, feierschön. Ich will hier in Ernst. Hopp! Ja, hallo lieber Frank, die Kameraden von Papa la Pap, deine Freunde wünschen dir zu deinem Geburtstag natürlich. Alles Gute, wir hoffen, du bleibst uns jahrelang treu und vor allen Dingen gesund. Es macht riesen Spaß mit dir zu produzieren und wir sagen, mach es gut heute, lass es krachen, denn heute ist der Ehrentag. Wir sagen bis dann, tschööööööön.